Immer häufiger hören wir diesen Begriff Computational Thinking. Was bedeutet das? Dieses kleine Video gibt eine kurze, prägenante Antwort. Computational Thinking oder Informatisches Denken, ist ein Denkprozess, der es uns ermöglicht, Probleme logisch, systematisch und effektiv zu lösen. Der Begriff stammt von Jeannette M. Wing. Computational Thinking ist ein Denkprozess, der an der Formulierung von Problemen und deren Lösungen beteiligt ist, damit die Lösungen in einer Form präsentiert werden können, die von einem Informationsprozessin-Agenten verwendet werden können. Also, Computational Thinking ist ein Denkprozess, der an der Formulierung von Problemen und deren Lösungen beteiligt ist, damit die Lösungen in einer Form präsentiert werden, die vom Informationsprozessor effektiv umgesetzt werden kann. Schauen wir uns an, wie digitales Denken aufgebaut ist. Seine Hauptteile sind, die Zersetzung oder Dekomposition, die Abstraktion, die Mastrerkennung, auf Englisch Generalisation oder Pattern Recognition und das Algorithmus. Wenn es ein komplexes Problem gibt, müssen wir es zuerst in Teilprobleme zerlegen. Die kleinere Probleme sind viel leichter lösbar. Die Probleme, die uns bisher begegnet sind, sind sehr vielfältig. Aber wir haben sicherlich ein Problem wie das aktuelle gelöst. Das ist Mustererkennung. Wir sprechen über Abstraktion, wenn wir uns nur um die wesentlichen Teile kümmern. Der Rest wird ignoriert. Dadurch wird die Essenz des Problems sichtbar. Beim algorithmischen Denken führen wir aufeinander folgende Prozesse durch, die zu einer Lösung führen. Der resultierende Prozess hilft auch anderen, das Problem effektiv zu lösen. Bei welchen häufigen Problemen kann uns Computational-Sinking helfen? Bei jedem. Zum Beispiel wenn das Rad unseres Autos eine Reifenpanne hat oder wenn der Lehrplan mehrerer Bücher in kurzer Zeit zusammengefasst werden soll, oder wenn man ein Zugticket an einem Fahrkartenautomaten kaufen muss. Jetzt schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. Spongebob fühlt sich nicht mehr gut in der Hauptstadt. Er will nach Hause fahren. Er überlegt, wie er nach Hause fahren könnte. Er braucht etwas Essen und Trinken während der Reise. Er muss Ticket kaufen, und er braucht unbedingt einen bequemen Sitzplatz. Er hat das komplexe Problem zersetzt. Spongebob erinnerte sich, dass er einmal nach Hause gereist war. Der Fahrkartenkontroller hat seine Fahrkarte im Zug kontrolliert. Dieser Vorgang ist die Mustererkennung. Er weiß es bereits, das Wichtigste für die Heimreise ist ein Ticket. Dieser Prozess ist die Abstraktion. Er kennt die Schritte zum Kauf eines Tickets an einem Automaten. Dies ist eine Reihe aufeinanderfolgende Auswahlen und Bildschirmberührungen in der richtigen Reihenfolge. Dies erforderte algorithmisches Denken. Spongebob hat das Problem gut gelöst. Er kann schon nach Hause fahren. Die Belohnung für das Computational Thinking, das süße Zuhause.